Hallo liebe Freunde des gepflegten Bildungsfernsehens hier auf YouTube. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ja, es ist Lockdown, alles hat zu, fast alles jedenfalls. Und vor allem die Schulen leiden wieder unter den derzeitigen Einschränkungen. Und alles, was wir im vergangenen Jahr schon hatten, also Distanzlernen, Homeschooling etc. etc. kommt jetzt langsam wieder hoch. Manche Schulen, so hat man den Eindruck, stehen nicht mehr ganz so ratlos vor dieser Situation und bei anderen wiederum sind die Lösungen nach wie vor sehr, sehr einfach gestrickt. Lüften, lüften, lüften. Wir wollen in diesem Video mal versuchen, unser Hirn ein bisschen zu belüften. Los geht's! Ja, in dieser kleinen Videoserie hier habe ich ja schon mit einigen Experten für Digitalisierung an Schulen gesprochen. Zum Beispiel mit Julian Michels von der Pacemaker-Initiative oder auch mit Sarah Fassbender von Education Innovation Lab. Den Link zu den beiden Videos zur Playlist haben wir hier oben eingeblendet. Beide haben ja darüber berichtet, wie sie daran arbeiten, Schulen zu helfen, die Digitalisierung in den Unterricht zu holen und überhaupt in das Leben an der Schule zu integrieren. Das Ganze möchte ich heute abrunden durch mein Gespräch mit Tatjana Linke. Tatjana Linke, Geschäftsführerin der Akademie für innovative Bildung und Management in Heilbronn. Wir sind eine Weiterbildungseinrichtung, die sich damit beschäftigt, Bildungschancen bei Kindern und Jugendlichen zu verbessern und ihnen dabei zu helfen, auch diese Bildungschancen tatsächlich zu nutzen. Tatjana Linke ist also auch eine Expertin für Digitalisierungsfragen im Bildungswesen. Und vieles von dem, was wir in den vorangegangenen Videos gehört haben, bestätigt auch sie. Also wie wichtig es für Schulen zum Beispiel ist, sich zu vernetzen oder Dinge auch einfach mal unvoreingenommen auszuprobieren. Das ist immer so ein schöner Begriff, dieses Best Practice oder Good Practice Beispiel. Das hat schon auch sehr viel Bedeutung, glaube ich. Und gerade in so einem Netzwerk spielt das eben auch eine große Rolle, einfach mal zu sehen, was funktioniert unter welchen Bedingungen. Muss man natürlich auch immer mit einbeziehen. Und dass nicht jeder so alleine vor sich hin wirken muss und alleine mit seinen Problemen ist, das finde ich schon sehr, sehr große Hilfe. Und ich glaube, das haben die Schulen auch alle sehr, sehr positiv wahrgenommen. Und ich wünsche mir auch, dass es sich ja dann auch auf diese Weise weiter verbreitet, dass die Schulen, die jetzt in dem Programm teilgenommen haben oder noch teilnehmen, dass die eben auch so ein bisschen ihre Wirkung in ihrem eigenen Umfeld noch verbreiten können. Also an den Schulen, mit denen wir kooperieren, da ist es auf jeden Fall gegeben. Zwei Schulen hat die AIM im Rahmen unseres Programms Schule in der digitalen Welt betreut. Und die Erfahrungen mit beiden Schulen waren überaus positiv. Also wir sehen auf jeden Fall Erfolge an beiden Schulen, ein bisschen auf unterschiedliche Art und Weise. Insbesondere die Bamberger Schule hat sich eben, insbesondere was die Haltung angeht, unglaublich schnell bewegt. Und da ist ein sehr, sehr großer Konsens und ein großes gemeinsames Verständnis, dass es sinnvoll ist, auch in der Grundschule sich schon mit dem Thema zu beschäftigen. Und das ist eine relativ kleine Schule. Deswegen geht es, glaube ich, auch da in dem Plan sehr gut voran. Und die Neumünsteraner Schule hat auch sehr gute Fortschritte gemacht. Die haben es sogar geschafft, beim Wettbewerb, das ist der Schulpreis der Dieter-Schwarz-Stiftung für das beste Medienkonzept, den dritten Platz zu machen. Das heißt, sie haben ein sehr überzeugendes Konzept geliefert. Sicher gibt es auch noch das eine oder andere zu tun. Aber insbesondere, weil eben die ganze Schule sich sehr stark auch gemeinsam entwickelt hat. Die Schülerinnen und Schüler sind stark eingebunden und es gibt da sehr, sehr viel Kooperation und sehr viel Interaktion. Also es ist eine ganz andere Art von Schule, eine richtig gute Schulkultur, die sich da auch entwickelt hat. Und die Schüler übernehmen sehr, sehr viel Verantwortung. Und das ist ja letztlich das, was man auch möchte, ihnen auch die Gelegenheit zu geben, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Was passiert ist an den Schulen, das kann man an der Schule in Neumünster noch besser sehen, dass da einfach ein stärkerer kollegialer Austausch auch zustande gekommen ist. Das ist immer so ein bisschen Thema an der Schule, wo man auch erst Zugang dazu finden muss. Aber eigene Dinge anderen zur Verfügung zu stellen und dafür dann eben auch Konzepte anderer Lehrkräfte oder anderer Fachbereiche zu bekommen oder auch im Fachbereich sich auszutauschen. Das ist was, was auch durch die Medien viel, viel stärker vorangetrieben wird, weil die Dinge eben stärker Bestand haben, dadurch, dass sie auch manifestiert sind dann in Form von Unterrichtskonzepten, die man einfach so wieder einsetzen kann. Ja, und dann gibt es noch so schöne Entwicklungen wie in Neumünster zum Beispiel. Da gibt es ja richtig stark motivierte Schülerinnen und Schüler und die übernehmen eine sehr wichtige Rolle, indem sie umgekehrt die Lehrkräfte unter ihre Fittiche nehmen. Es hat sich relativ schnell eine Schülerfirma gegründet, die nennt sich Care and Repair. Also die sammeln im Prinzip alte Geräte, bringen die wieder in Ordnung, um sie dann auch denen zur Verfügung zu stellen, die jetzt vielleicht nicht über eigene Technik verfügen. Das zeigt aber einfach, dass die Schüler da auch sehr stark involviert waren und sind, also sehr stark mitwirken bei dem Weg in die digitale Schule. Man hat auch da gemerkt, dass das Kollegium noch nicht in der ganzen Breite so mitgenommen war. Das war eben auch das Bestreben dort, also eine Begleitung zu bekommen, die eben einfach auch mithilft, diesen Prozess an der Schule weiter voranzutreiben. Also wirklich mehr Lehrkräfte einzubeziehen, auch dafür zu sorgen, das war da auch ein ganz großes Thema, dass Lehrkräfte eigentlich erstmal eigene Geräte bekommen, mit denen sie dann auch Erfahrungen sammeln kann. Ich meine, das weiß jeder von uns, wenn man so ein Tablet neu in der Hand hält oder wenn man es das erste Mal hatte, dann hat man eben auch gemerkt, man muss sich erstmal ein bisschen damit vertraut machen, damit ein bisschen spielen. Das ist von Seiten des Digitalpakts und auch von Seiten der Kultusministerium bisher in der Regel gar nicht vorgesehen. Aber das war ein großer Schritt. Und eben diese Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler, die auch zum Beispiel einen Teil der Fortbildungen dann übernommen haben. Die haben sehr stark mit so kleinen Fortbildungen gearbeitet, wo Lehrkräfte, die Schwierigkeiten hatten, einfach mal in der Pause sich getroffen haben mit jemandem, der sich schon auskannte. Und dann so ein bisschen Learning by Doing, auch bestimmte Dinge dann Probleme gelöst haben oder Dinge weiterentwickelt haben. Also ein ganz anderer Status, aber eben auch ein großer Bedarf nach Prozessunterstützung. Ja, und dann ist da natürlich noch Corona. Manche sind ja der Meinung, dass die Digitalisierung durch die Pandemie so einen richtigen Booster bekommen hat und dass wir ohne die Krise niemals gezwungen gewesen wären, uns mit den neuen digitalen Möglichkeiten auseinanderzusetzen, also neu in Anführungsstrichen. Das mag vielleicht sogar stimmen, vor allem im Hinblick auf so träge Systeme wie Schule. Auf der anderen Seite besteht natürlich auch die Gefahr, Lehrer und Schüler, Lehrerinnen und Schüler zu überfordern, so viel auf einmal von ihnen zu verlangen. Und niemand ist natürlich glücklich darüber, wenn die Dinge nur noch so über einem zusammenstürzen und man das Gefühl hat, ein Getriebener zu sein. Ganz generell waren alle eben einfach jetzt damit konfrontiert, plötzlich Lösungen finden zu müssen für Distance Learning sozusagen. Und wir haben festgestellt, dass es Schulen gibt, das ist nicht repräsentativ, aber dass es Schulen gab, die sehr, sehr engagiert waren und die im Grunde eigentlich schon diese Haltung entwickelt hatten, dass das kein Teufelszeug ist, sondern dass es ganz viel Sinn macht, sich mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen und andere, die mehr oder weniger abgetaucht sind. Und die Schulen, mit denen wir jetzt im Projekt zusammengearbeitet haben, die haben eben nach diesem ersten Schock eigentlich sehr schnell angefangen, auch die Möglichkeiten zu nutzen, zum Beispiel auch dann Videokonferenzen zu machen, um in dem Projekt jetzt weiterzukommen, keine Zeit zu verlieren. Ansonsten ist es aber so, dass man jetzt ein bisschen gucken muss und ein bisschen aufpassen muss, wie die Dinge zu bewerten sind. Es ist sicher in vielen Fällen gelungen, durch Videokonferenzen, Austausch von Materialien und so weiter, auch den Schülern Anleitungen zu geben, wie sie selbst sich mit den schulischen Themen auseinandersetzen können. Aber die Frage ist dann eben, was ist nachher wirklich für ein Lernerfolg am Ende entstanden? Hat man es geschafft, nicht zu viel in Vergessenheit geraten zu lassen oder ist echter Unterricht möglich? Und aus meiner Sicht ist da eben ein Thema von ganz entscheidender Bedeutung, dem man wohl noch nicht genug und noch nicht so viel Aufmerksamkeit beigemessen hat. Das ist einfach die Frage, wie gut sind Schüler organisiert? Wie gut sind sie, wie gut ist ihr Selbstkonzept und ihre Selbstmotivation, um eben auf Distanz zu lernen? Wenn man im Klassenzimmer sitzt und vorne steht ein Lehrer, dann bekommt man Bildung, ob man will oder nicht. Also man kriegt auf jeden Fall was davon ab, wenn man aber, also vielleicht mehr oder weniger. Aber wenn, ja, man kann sich dem auch ein bisschen verschließen. Aber worauf ich hinaus will, ist, alle Vorteile der digitalen Bildung erfordern, dass Schüler sich motivieren können, dass sie motiviert sind, sich wirklich, also das Gerät einzuschalten, sich dranzusetzen und auch tatsächlich mit den Materialien unter den Programmen, die da angeboten werden, zu lernen. Und eben auch, ich meine, die motivieren auch und sorgen auch dafür, dass man da so ein bisschen auch dabei bleibt. Aber dennoch ist es einfach ein ganz großer Teil Selbstmotivation und auch so ein Selbstkonzept, sozusagen, dass man eben sich auch ein bisschen als Manager seines eigenen Bildungsprozesses sieht. Nur wenn das gegeben ist, kann man wirklich davon profitieren, glaube ich, als Schüler und auch als Erwachsener natürlich. Ja, an dieser Stelle würde mich in der Tat mal eure Meinung interessieren. Was glaubt ihr denn, was müssten Schulen tun auf ihrem Weg in die digitale Welt? Wo sollten sie Schwerpunkte setzen? Was haltet ihr für wichtig? Was für weniger wichtig? Wenn ihr eine Meinung zu dem Thema habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Und am Schluss nochmal zu Tatjana Linke. Ich habe sie gefragt, welche Tipps sie denn hat für Schulen, die sich auf den Weg machen wollen, die ihre Arbeit in die digitale Welt transformieren wollen. Also sie sollten ein Konzept machen. Sie sollten sich wirklich überlegen, was sie eigentlich mit den Medien tatsächlich erreichen möchten. Wir haben jetzt hier Corona-bedingt auch in Heilbronn nochmal so eine Art Feuerwehrinitiative gestattet für Grundschulen, um denen eben zu helfen, diese Konzepte zu entwickeln und zu überlegen, wie sie tatsächlich einen Unterricht abwickeln wollen. Und natürlich dann auch, welche Technik sie dafür brauchen. Das geht einfach darum, dass man nochmal sich Gedanken machen muss, dass inwieweit tatsächlich Schüler und Lehrer dann, falls nochmal eben jetzt Unterricht auf Distanz stattfinden muss, wie sie vernünftig in Kontakt bleiben können. Wenn wir zum Beispiel jetzt als IEM-Kurse gemacht haben, wir haben immer geguckt, dass das, was erfolgreich läuft, nämlich das Zusammentreffen von verschiedenen Personen, also diese Peer-to-Peer-Geschichte und den Kontakt zum Dozenten, zur Lehrkraft, dass der erhalten ist, sodass man wirklich die Möglichkeit hat, Input zu bekommen. Das kann man eventuell auch schriftlich machen, aber dann auch nochmal Erklärungen zu bekommen und einen Austausch zu haben, wirklich diese Interaktion, die im Unterricht stattfinden muss, Schüler wirklich auch zu aktivieren, dann tatsächlich mitzumachen. Also sich zu überlegen, wie sowas funktionieren kann, glaube ich, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und was die Schulen auch sagen, was man aber auch im Umfeld der Hochschulen, auch hier auf dem Bildungscampus hört, ist, es ist nicht das Alleinseligmachende, nur digital zu unterrichten. Insbesondere auch von Hochschulen kommt, hat mich ein bisschen erstaunt, aber auch ganz, ganz stark die Botschaft Lernen braucht auch Beziehung und braucht auch den direkten Kontakt. Also da das Optimum zu finden, wenn man jetzt mal hofft, das tun wir ja alle, dass es nicht wieder zu einer Schließung von Schulen kommt, dass man dann eben einfach auch überlegt, wo ist das Optimum? Was kann man gut mit digitalen Medien vermitteln? Und was braucht eben dann vielleicht auch noch mehr die analoge Welt? Mit diesem Appell sind wir auch schon wieder durch für heute. Mein Dank gilt Tatjana Linke für diese interessanten Ausführungen und Einblicke. Der Dank gilt natürlich auch Sarah Fassbender und Julian Michels aus den vorangegangenen Videos. Ich denke, wir haben jetzt eine schöne, kleine, verdienstvolle Reihe hier gemeinsam geschaffen. Vielen Dank dafür nochmal. Auf diesem Kanal geht es bald wieder weiter mit anderen, mit neuen Themen aus Bildung, Wissenschaft, Innovation. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei wärt. Bedanke mich für euer Interesse. Ihr und euer Michael Sonnabend. Vielen Dank. Vielen Dank.